Hey, schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Dies ist ein vollumfassendes Video über das D-Scanning und das S-Scanning Triangle. Dieses sind Chart-Patterns, welche im Chart wirklich häufig vorkommen und welche verhältnismäßig einfach zu traden sind, wenn man die wichtigen Regeln beobachtet und anwenden kann. Dementsprechend werde ich dir heute in diesem Video das D-Scanning und das S-Scanning Triangle zeigen, zeigen, wie man diese tradet, wie du diese im Chart analysieren und erkennen kannst und dann hinterher mit perfekten Beispielen zeigen, dass dies im Chartverlauf immer häufiger vorkommt und dass du diese ganz einfach traden kannst. Wir starten rein nach dem Intro. Erst einmal nochmal kurz, was sind Chart-Pattern überhaupt? Chart-Pattern sind Kerzen-Aneinanderreihungen und Kerzen-Formationen, welche wir nutzen, um bestimmte Bewegungen im Markt zu traden. Es gibt Chart-Patterns, welche mit dem Trend verlaufen und es gibt Chart-Patterns, nachdem der Trend sich umkehrt und wir so gesehen keine Continuation mehr haben, sondern ein Reversal im Chart sehen. Bedeutet, es gibt eine gewisse Anzahl an Chart-Patterns, welche gut sind, um mit dem Trend zu traden und es gibt eine gewisse Anzahl an Chart-Pattern, welche gut sind, um gegen den Trend zu traden, um nach einem Trend auf den Reversal zu bauen. Das Descanning und das Ascanning Triangle sind Continuation-Patterns, bedeutet, diese verlaufen mit dem Trend. Falls wir also in einem Aufwärtstrend sind und der Chart verläuft so, dann kann beispielsweise ein Ascanning Triangle kommen und der Verlauf würde weiterhin nach oben gehen. Sind wir jedoch in einem Abwärtstrend und kommen von oben, könnte beispielsweise ein Descanning Triangle gehen und von dort aus fällt der Preis noch weiter. Das sind Continuation-Patterns. Ich habe dir hier extra nochmal ein Descanning und ein Ascanning Triangle angezeichnet. Wie wir hier sehen, wie gerade beschrieben, geht das Descanning Triangle, kommt von oben und dann haben wir das Descanning Triangle und hier würde normalerweise in ungefähr 8 aus 10 Fällen, das heißt nicht zu 100%, aber knapp ungefähr zu 80%. Das ist nur meine Meinung. Hier der Preis weiterhin nach unten verlaufen, wenn wir hier das Descanning Triangle traden. Nehmen wir uns das Ascanning Triangle, da zählt natürlich dasselbe. Dies sind natürlich nur die Patterns einmal umgekehrt. Das heißt, hier kommen wir von unten, sind in einem Aufwärtstrend und kontinuieren hier den Aufwärtstrend nach oben, nach Breakout. Und jetzt zeige ich dir, wieso das Ganze so ist und wie wir das Ganze traden können. Schauen wir uns genau das Descanning Triangle an, dann verstehen wir auch, wieso das Ganze so passiert. Wir haben hier tiefere Hochs, wie wir hier sehen können. Drei Stück an der Zahl, das kann natürlich im Chartbild variieren. Das Ganze ist hier nur mal so angezeichnet zur Verdeutlichung. Und wir haben hier Tiefs, das heißt hier ein Tief, da ein Tief und da ein Tief. Und was man hier sehr schön sehen kann, ist, dass die Hochs, die sind immer tiefer. Das heißt, wir fallen hier von den Hochs, wir haben immer tiefere Hochs, die gebildet werden. Von dort auf dort, von dort auf dort. Und wir haben stagnierende Tiefs. Das heißt, wir haben hier ein Tief, dort ein Tief und dort ein Tief. Und die bleiben immer auf derselben Höhe, zumindest annähernd auf derselben Höhe. Dies ist wie gesagt nur ein angezeichnetes Beispiel. Und dann folgt ein Breakout zur Unterseite. Dies passiert, weil, wie wir hier sehen, nimmt die Stärke der Käufer ab. Der Käufer versucht natürlich immer, den Preis nach oben zu drücken, indem er kauft und darauf spekuliert, dass der Preis weiter steigt. Die Verkäufer kontrollieren hier aber den Preis und schaffen ihn es immer wieder, bis in diese Support Zone reinfallen zu lassen. Bis schlussendlich hier der Preis durch die Support Zone gedrückt wird und dann letztendlich fällt, weil dort natürlich die Stop Losses der Käufer liegen. Dieses Video ist gesponsert von XTB. XTB ist schon seit geraumer Zeit mein Partner auf diesem Kanal und sponsort manche Videos von mir. Ich persönlich nutze XTB schon seit Jahren als einer meiner Broker und bin durchweg positiv zufrieden mit der XTB X-Station, da sie sehr übersichtlich ist, wie du bereits in diesem Video siehst und in anderen Videos von mir auch bereits schon gesehen haben solltest. Du kannst für unglaublich gute Konditionen bei XTB handeln und das Ganze über den Link in der Videobeschreibung. Das heißt, geh gerne über den Link in der Videobeschreibung zu XTB, melde dich an, falls du noch keinen Broker hast oder aktuell nach einem anderen Broker suchst und mit deinem aktuellen Broker vielleicht nicht zufrieden bist. Vielen Dank an XTB für das Sponsoren dieses Videos. Der Käufer versucht also, die Stop Loss zu ziehen von den Verkäufern und die Verkäufer versuchen, den Stop Loss zu ziehen von den Käufern. Und was genau passiert, wenn wir hier drunter fallen, ist natürlich, dass hier die Stop Loss der Käufer gezogen werden und dass wir hier weiter im Preis fallen und das Ganze natürlich abverkauft werden muss. Und dementsprechend wird hier Support gebrochen. Das Gleiche haben wir beim S-Canding Triangle. Hier haben wir hier oben Widerstand und hier liegen natürlich die Stop Loss der Verkäufer. Das heißt, wenn wir hier Long gehen, dann haben wir natürlich unseren Stop Loss irgendwo hier unten und wir möchten, dass der Preis möglichst hoch geht. Sind wir jedoch Short, dann haben wir natürlich hier irgendwo unseren Stop Loss, weil wir darauf spekulieren, dass der Preis nach unten fällt. Geht der Preis jetzt aber über unsere Widerstandszone, dort wo unser Stop Loss letztendlich liegt, dann fliegen wir natürlich raus und der Preis wird noch weiter ansteigen. Dementsprechend tradet man das S-Canding Triangle nach unten und das S-Canding Triangle nach oben. Jeweils mit dem Trend. Deshalb habe ich hiervor natürlich nochmal hier den fallenden Kurs gezeichnet und hiervor nochmal einen steigenden Kurs. Für ein valides S-Canding Triangle brauchen wir also tiefere Hochs, stagnierende Tiefs und einen Breakout zur Unterseite. Das Gegenteil brauchen wir für ein S-Canding Triangle. Höhere Tiefs, stagnierende Hochs und einen Breakout zur Oberseite. Und jetzt zeige ich dir, wie du diese traden kannst, wo der Stop Loss hinkommt und wo der Take Profit hinkommt, da wo wir hinterher mit dem Chart Pattern unsere Gewinne einfachen können. Ja, wie traden wir das Ganze jetzt nun also? Wenn wir uns zuerst das S-Canding Triangle anschauen, dann warten wir wie gesagt auf den Breakout zur Unterseite. Und nun gibt es zwei Möglichkeiten, das Ganze zu handeln. Entweder wir starten unseren Trade direkt und versuchen hier direkt einen Trade zu öffnen und warten gar nicht mehr weiter, sondern warten wirklich nur auf den Breakout und setzen dann hier ganz, ganz schön unseren Trade an. Das heißt, dann würden wir hier direkt unseren Trade starten oder dass wir auf die Bestätigung an der ehemaligen Support Zone warten, die dann zu Widerstand wird. Das heißt, ich zeichne das Ganze mal ein, wie der Chart dann hier verlaufen würde. Wenn wir darauf warten würden, wir zoomen nochmal ein bisschen ran, das heißt, wenn wir hier aus dem S-Canding Triangle ausbrechen würden zur Unterseite, dann warten wir, bis der Kurs hier einmal zurückkommt. Support wurde, ehemaliger Support wird hier zu Widerstand und dann warten wir, dass wir hier dieses Tief, was sich gebildet hat, nochmal unterschreiten. Das heißt, ab dort könnten wir dann unseren Trade starten. Das ist die zweite Variante. Das heißt, wenn der Kurs hier rüber eine Kerze schließen würde. Das heißt, wenn hier der Schlusskurs dieser Kerze wäre, dann könnten wir ebenfalls hier unseren Trade starten. Das ist auf jeden Fall die sicherere Variante. Dies hier ist eher die riskantere Variante. Es gibt aber auch Situationen, wo wir beispielsweise gar kein Zurückkommen vom Preis an diese Support Zone wieder sehen werden und dann würden wir theoretisch gesehen diesen Trade einfach verpassen. Dementsprechend kann ich beides verstehen. Wer sagt, ich warte lieber auf den Breakout und trade direkt oder ich kann auch verstehen jemanden, der sagt, ich warte lieber, bis der Preis nochmal zu unserer Support Zone wieder zurückkommt und dann Widerstand wird. Das sind also die beiden Möglichkeiten, wie man das traden kann und jetzt gehen wir einmal durch, wohin der Stop Loss kommt normalerweise und wohin natürlich auch der Take Profit kommt. Den Take Profit können wir sehr, sehr einfach bestimmen anhand einer ähnlichen Methode wie beim W-M-Pattern. Wir haben hier sowohl beim D-Scanning als auch beim S-Scanning Triangle ja immer eine Schräge und der erste Punkt, wo an unserer Schräge dieser Punkt berührt wird, das heißt hier das erste hoch, das erste tiefere hoch und hier einmal das erste höhere tief. Dies wird angepeilt und dann bis zu unserer Geraden heruntergezogen. Von dort aus drücken wir einmal auf Kopieren und können dann das Ganze unter unsere Gerade anzeichnen und haben dann hier unseren Take Profit bestimmt. Der würde bei diesem D-Scanning Triangle dann ungefähr hier unten liegen. So können wir unseren D-Scanning Triangle Take Profit bestimmen. Das gleiche geht natürlich auch mit dem S-Scanning Triangle, das heißt wir haben hier unseren ersten Touchpoint an unserer Schräge, ziehen das Ganze nach oben bis zur Geraden, drücken auf Kopieren, ziehen es nach oben auf unsere Gerade drauf und können dann hier wieder so unseren Take Profit bestimmen und dort ihn platzieren. Das heißt so können wir ganz ganz einfach unseren Take Profit bestimmen. Bei unserem Stop Loss gibt es natürlich jetzt wieder zwei Möglichkeiten, weil wir haben zwei unterschiedliche Einstiegspositionen. Zum einen haben wir natürlich den Einstieg, der so verlaufen würde, dass wir hier erst unseren Trade starten beim D-Scanning Triangle und dass dies dann unser Take Profit wäre. Dann würden wir unseren Stop Loss unter unser letztes tieferes Hoch hier packen, das heißt wir hätten hier, ich mache das Ganze mal in Stop Loss Rot, das heißt wir hätten hier, und jetzt muss ich das da drunter natürlich noch löschen, hier ungefähr unseren Stop Loss, der dann wieder unter unseres, beziehungsweise über unseres letztes hochgepackt werden würde, plus ATR. Wer den natürlich nutzt, Video dazu, habe ich bereits gemacht, dass ich beispielsweise den ATR sehr, sehr gerne nutze, um hier nicht so schnell ausgestoppt zu werden und so würde dann ungefähr unser Risk Reward Ratio aussehen, das heißt wir hätten hier diesen Stop Loss ungefähr und hier ungefähr unseren Take Profit. Szenario 2 ist natürlich, dass wir den Trade direkt starten, wenn wir ausgebrochen sind und dann packen wir den Stop Loss so hin, dass hier unser Stop Loss überhalb des letzten Hochs ist, das heißt unser Stop Loss würde ungefähr so ausfallen und unser Take Profit ungefähr so. Dies sehen wir natürlich gerade direkt, hätten ein besseres Chancen-Risiko-Verhältnis, trotzdem hätten wir natürlich ein höheres Risiko, da hier unser Ausbruch noch nicht bestätigt wurde und hier Support noch nicht zu Widerstand geworden ist. Dementsprechend dir diese Variante ein wenig risikoreicher, du kannst natürlich selber für dich bestimmen, welche Variante du bevorzugst. Dasselbe haben wir wie gesagt beim S-Canning Triangle, das heißt ich mache das Ganze mal schnell mit ein paar Trendlinien, wenn wir hier zum Kurs zurückkommen und dann nochmal nach oben ausschlagen, wie so beispielsweise, dann hätten wir bei der ersten Variante, wo wir hier auf die Bestätigung warten, natürlich dies wieder als unser Take Profit hier und dann würde unser Stop Loss, dazu kopieren wir das Ganze mal hier rüber, ungefähr hier so aussehen, das heißt mit ATR plus dieses letzte Tief und der zweite wäre natürlich dieses hier, das heißt wenn wir hier direkt nach dem Breakout, wenn die erste Kerze über dem Breakout Szenario schließt, dann hätten wir hier unser Stop Loss ungefähr so weit unten, das heißt wiederum hier dieses letzte Tief, weil dieses ja noch nicht existiert, plus unseren ATR und dann wäre dies hier unser Chancen-Risiko-Verhältnis. So können wir also das Descanning und das S-Canning Triangle traden, du weißt nun wie der Take Profit bestimmt wird, du weißt wie der Stop Loss bestimmt wird, du weißt wann du den Trade starten kannst und jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal als Beispiel im Chart an. Hier haben wir ein sehr sehr schönes Beispiel für unser S-Canning Triangle, wer es vielleicht schon entdeckt hat, ich nutze ja ungerne Trendlinien, das wisst ihr ja, ich kann es aber hier einmal kurz mit Trendlinien machen, das heißt wie würde ich dir das Descanning Triangle einzeichnen, ja wir haben hier tiefere, höhere Tiefs natürlich, die wir hier und dort haben und wir haben hier stagnierende Hochs, das heißt wir kommen hier immer wieder dran und was ich hier machen würde, es ist keine Trendlinie benutzen, sondern eher eine Zone, die ich benutzen würde und dann sehen wir auch, dass das Ganze sehr sehr schön ausgeht, das heißt hier haben wir dann unser Breakout überhalb dieser Zone, die ganz entscheidend ist und dann, was wir hier ebenfalls sehr sehr schön sehen, ist, dass wir hier nicht direkt nach oben verfallen, sondern erstmal wieder zu unserem, ja zu unserer ehemaligen Widerstandszone zurückkommen, hier Support bilden und dann könnte man hier unseren Trade starten, genau wie wir es eben gemacht haben, dazu nutzen wir natürlich wieder auch unseren Take Profit, ich nehme hier mal den kleinen Take Profit, das heißt bis hier waren eindeutig unsere Tops und das Ganze kopieren wir und legen hier einmal oben drauf und dann schauen wir mal, was passiert ist, das heißt wir nehmen hier auch unsere horizontale Linie und dann schauen wir mal, wie der Kurs weiter verlaufen ist und wir haben hier sehr sehr schnell unseren Take Profit bereits erreicht und jetzt sieht man auch ganz schön vielleicht, wem es aufgefallen ist, dass wir hier ebenfalls so ein kleines Ascending Triangle gebildet hatten, das hatte nicht die perfekten Hoch, sage ich mal, auch hier hätte ich wieder eine Zone benutzt, das heißt wir haben hier so eine Art Zone, wo wir immer wieder gegenstoßen, hier eine schöne Widerstandszone und dort brechen wir dann damit auch wieder aus, das heißt das hätte man ebenfalls noch traden können und dann hätte hier unser Take Profit ungefähr dort auch ebenfalls gewesen und dann hätten wir hier zwei Take Profits mit zwei Chart Patterns gehabt, die eindeutig für einen Long Trade gesprochen hätten und das finde ich ein sehr sehr schönes Beispiel, wie man hier das Ascending Triangle sehr sehr gut traden kann. Natürlich, wie ihr mich kennt, habe ich noch ein Beispiel für das Descending Triangle mitgebracht, wer es hier vielleicht schon auf den ersten Blick gesehen hat, haben wir hier tiefere Hochs, so wie wir es eben besprochen haben und wir haben hier stagnierende Tiefs, würde ich behaupten, hier auch, ich arbeite wie gesagt sehr sehr gerne mit Zonen, das heißt hier ist irgendwo meine Zone, die ich mir dann reingezeichnet hätte und dann können wir mal beobachten, was hier wieder passiert ist, das Alpha stellen wir mal so ein bisschen höher, wir haben hier wie gesagt unsere tieferen Hochs, wir haben hier stagnierende Tiefs, sage ich mal, beziehungsweise genau so hatten wir es eben beschrieben, ich glaube hier die Dingslinie ist ein bisschen schief, aber kein Problem, sonst schauen wir mal, was passiert ist, ja wir brechen hier nach unten aus und hier kommt der Fall, den ich eben schon wieder angesprochen hatte, was hier passiert ist, wenn wir hier die Support Zone beziehungsweise jetzt Widerstandszone weiter nach rechts ziehen, ist wir brechen hier aus und kommen direkt wieder zurück, ich nutze hier nochmal den Pinsel, um das einzuzeichen, hier brechen wir aus, aus unserem Descanding Triangle, brechen nach unten, kommen wir wieder zurück und hier wäre dann unsere Möglichkeit gewesen, den Trade zu starten und dann werden wir mal schauen, was hier passiert ist, wir brechen hier wirklich sehr viel weiter nach unten und hier unten wäre spätestens, aller spätestens, unser Take Profit dann natürlich getroffen worden. Ich habe hier nochmal angezeigt, wie hier unser Take Profit auch entstanden wäre, das heißt wir hatten hier unser erstes Hoch beziehungsweise hier vielleicht auch noch, das ist natürlich dann Interpretationssache, wie man das Ganze hier mit rein nimmt, da kann ich jeden verstehen, der das größere Hoch auf das größere Price Target im Endeffekt nimmt, ich bin immer etwas risikoscheuer und konservative, das heißt ich hätte dieses Hoch hier genommen, weil ich mir hier sicher bin, dass dies auf unserer Linie ist und dann hätte ich hier unsere, ja unsere quere Linie hier bis nach unten hin genommen, bis zu unserer Support Zone, das Ganze hier habe ich hier kopiert, natürlich wieder unten dran gelegt und dann sieht man hier, uns unser Take Profit hier sehr, sehr schnell getroffen wurde und unser Stop Loss wäre irgendwo hier oben gewesen, das heißt hier über unserem letzten, tieferen Hoch plus ATR, das heißt irgendwo hier oben und wie wir sehen, dass wenn wir den ATR hier nicht benutzt hätten, dann wären wir hier relativ schnell ausgestoppt worden, da wir darüber nochmal ein ganz, ganz kleines Hoch gemacht hatten und hier würde ich sagen, wurden nochmal sehr viele Leute ausgestoppt, das heißt, achtet darauf, dass ihr gute Stop Loss setzt, dass ihr gute Take Profit setzt und dann könnt ihr mit Chart Patterns sehr, sehr einfach handeln. Nun solltest du verstanden haben, wie du das Descending und das Ascending Triangle traden kannst, wie du den perfekten Stop Loss, den perfekten Take Profit setzen kannst, wann du deinen Trade starten kannst, dazu haben wir ja zwei Möglichkeiten und du solltest das Ganze rundum verstanden haben, nun solltest du dann eben entsprechend auch diese Chart Patterns in deinem Trading finden, im Chart finden können und dann hinterher auch anwenden können. Falls dir das Video gefallen hat, gib auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, abonniere den Kanal, falls du neu auf diesem Kanal bist, um das nächste Video nicht zu verpassen, aktiviere auch gerne die Glocke, nur ein paar meiner Abonnenten haben diese Glocke aktiviert und sind direkt immer ganz am Anfang, am Start dabei, wenn ein neues Video erscheint. Dementsprechend gerne die Glocke abonnieren, ist natürlich alles kostenlos. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank an XCB für das Sponsoren dieses Videos und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.